Was? Hallo! Hallo! Ah! Train for Zero! Yay! Was ist esta n駱퍼 PHAS ο já? Ah .. ja WeII Ach ja Leute Dion! Mission! Weiter! Und ich weiß er euch schmerzt es dir.INEg Ich hätte ihn einfach hoch gehoben Dann machen wir weiter Oh ich hab dich auf die Hand geworfen Sehr gut Zack! Einmal drauf geflaffnet Oh Mann Auf die anderen Quellen So, ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Mission kriege ich einen Seetang. Flustang. Alles andere. Oh, den Faden will ich auch. Mir ist egal. Ich will beides. So. Ewiger Abgrund. Wer will den Bogen nehmen? Ja, ich natürlich. Hallo? Na gut, dann nehme ich mein Heldengewand. Ich nehme den Wasser. Oh, wir haben alle was anderes an. Hat er das ja vorher auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, gestern nicht. Ist ja quasi gestern. Also vor 10 Minuten. Also eben, quasi gestern vor. Was? Ich will auch einen Wasserstab. Mir liegt ja das Bogenschießen quasi im Blut. Wow, 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 wow. Hilfe. Das Strömung. So. Ah, oh Gott. Links Awakening, flashback. So. Den Wasserstab erhalten. Oh, I could eat an Octorok. Please don't. Willst du nicht eigentlich immer mal dein Item holen? Ja, ich weiß nicht, wo mein Item ist. Der liegt hier immer in der Mitte. Also. Ich gucke mich währenddessen noch ein bisschen um. Ich wurde von der Kiste abgelenkt. Guck mal. Da hinten muss nämlich doch irgendwas abgeballert werden mit dem Pfeil. Ja. Hier, ich baue dir eine Brücke. Ist das eine Seemine? Ja, es ist eine Seemine. Ah. Ah. Voll nicht. Sui entdeckt die Welt. Ist das eine Seemine? Draufhauen. Explodiert. Ja, ist eine Seemine. Okay, komm. Ich baue dir eine Brücke aus Gold. Moment. Ich muss mich jetzt auf eure Brücken verlassen, ne? Ja. Oh Gott. Ah. Ich habe was aktiviert. Was? Okay. So, hier, da. Kommst du da so dran? Warte mal. Da käme ich vielleicht sogar so dran. Cool. Das klappt sogar. Krass. Was hast du gemacht? Ich habe einfach mit der Säule in die Luft geschlagen, ob ich es eigentlich gar nicht berühren dürfte. Aber hier, da komme ich bestimmt nicht dran, oder? Ah. Ah, okay, das geht zu. Ah, okay, das musst du machen, weil das zugeht. Das schämt sich. Äh. Ja, aber nicht so. Andersrum. So. Und ruf und schießen. Oder schämt er sich bei dir auch? Ne, okay, gut. So. So. Haben wir jetzt den Damm zerstört. Wir haben jetzt auch drüber flutet. Oh, das Wasser bleibt magisch da stehen. Hilfe. Wow. Kann man da hoch? Nein, muss da hoch. Wuh, 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 wuh. Einfach ab. Wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Moment. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Aha. Das sah sehr interessant aus. War das denn schon alles? Ist ja noch was? Moment. Und wenn der Typ klingelt es. Du gerade auch. Ding, 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 ding. Auch schon zum Running Gag hier. Wurde doch nicht angerufen bisher. Einen Moment kurz. Ich gehe mal eben gucken. Ja. Komm zur Strafe, werf ihn ins Wasser. So. Was hat er jetzt davon? Können wir eigentlich mal ohne ihn weitermachen. Einfach Jansch liegen lassen, meinst du? Oh. Wow. Das war eine gute Idee. Da unten ist eine Höhle. Das ist eine Höhle? Ja. Dann gehen wir da mal hin. Wir gucken einfach mal. Das ist doch kein Problem hier. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Warte, warte, warte. Pass auf. Ja, ich passe auf. Moment. Wo genau ist die Höhle? Ah, da. Ah, unter uns. Gut gemacht. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Oh, Herz. Herzen will Herzen haben. So, komm. Ich hole mir jetzt erstmal Jan hier wieder. Ich schmeiße ihn schon mal nach oben. Wir können ja derweil mal da lang gehen. So, ich bin wieder da. Ja, wir haben schon mal ohne dich weitergemacht. Ja, wir haben schon den zweiten Abschnitt abgeschlossen. Lass dich von da unten der Anzeige nicht belügen. Genau. So, Flatsch. Hm. Und du? Ja. Wasserstab? Ach so, Wasserstab, ja. Vielleicht wollt ihr euren Stab benutzen. Wieso vergesse ich dieses Ding immer? Ja, und jetzt. Und jetzt. Ich kann nichts mehr machen. Game over, Leute. Ja. Ja. Ah, ah. Eine Falle. Ups. Zero. Ich bin einfach runtergefallen. Das ist noch nicht aktiviert. Das müssen wir schon irgendwo noch was machen. Hast du schon wieder Drogen in deine Haustür bekommen? Ja, natürlich. Willst du da mal eine Säule? Ach so, ja. Moment. Oder? Ich komme mal ein bisschen langsam voran bei meiner Ausdauer. Ähm. Uncool. Ich gucke mal eben, was Christian da hinten macht. Hänge ich jetzt hier unten fest? So, ohne unsere Hilfe, glaube ich schon. Oh, Mann. Was machst du denn? Wo bist du denn? Oh. Kann ich dir da eine hinten machen, wenn du nach rechts gehst? Warte, 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 warte. Yes, danke schön. Moment. Wissen wir, was ist schlechtes Ziel? Kannst du dich von alleine runterspringen? Nee. Moment. Was macht man da oben eigentlich? Ja, irgendwo muss es noch einen Schalter geben oder so. Hm. Ich gucke mal unten noch. Hier wohl zu dieser Höhle kommen. Hier unten ist... Da ist schon mal nichts. Irgendwo da oben in der Strömung muss es doch was geben. Jan, mach mal den Weg frei. Jo, ich warte mal, dass die Ausdauer voll ist. Jan, mach den Weg frei. Einen kann ich noch setzen. Dann ist meine Ausdauer leer. Wobei... Du kannst es immer so teilen, dass du quasi ein bisschen warten kannst. Und dann ist ich da voll. Ich gehe mal ganz runter hier. Was? Achso, wir mussten alle drei hier sein, damit die Gegner spawnen. Achso. Du, nimm den Wasserstapel und abschießen. Das ist ein bisschen... Nimm den Wasserstapel und füge sie einfach zu den anderen Stäben in Link Between Worlds zusammen. Dann hast du einfach einen Inventanus Stäben. Au, 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 au. Das fände ich großartig. So. Da ist noch einer. Stoppt ihr euch. Wo kommt der Block her? Äh, haben wir alle? Ja, ich glaube, wir haben alle. Ja. Wenn unser Wasser verschwunden ist. Wenn so eine Säule einfach ausgelöscht wurde. So. Sorry. Sehr gut. Ich leg jetzt was drauf. Ich warte einfach. Das war ein interessanter Wurf gerade. Ja. Nein. Wieso? Wegen deinem Wassertroll. So. Ja, genau deshalb. Wofür ich noch? Ich komme nicht weg. Ach, Mann, ey. Oh, schön. Online mit fremden Menschen und dann die ganze Zeit sowas machen. Ja. Ja, fett, das ist super. Warum macht die Qualle eigentlich keine Musik? Ah, nein. Die Qualle hat versagt. Da ist sonst nichts. Okay, dann. Ist dir drüben was? Nee. Was ist das denn schön? Das ist ein Wasserrad. Halsche Richtung. Oh, da muss ich drauf. Ruf mit dir. So, dann berede ich das Wasserrad und ihr könnt hierbleiben. Äh, da bleiben. Bon. Wer hat mit dem Schwert ins Gesicht der Raben geflogen? Des Raben. Ähm, genau. Nee, Chris, du musst da drauf. Ich komme nicht. Ja, der hat mich zurückgeliebt. Moment. Ja, bin doch mit drauf. So. Also, weiter geht's. Viel Spaß euch, Jungs. Beobacht euch mal. Nice. Gut geschossen. Ja, natürlich. So, Kirsten, zieh uns zurück. Moment. Ich muss erst mal den Rahmen nicht umbringen. Können wir? Nee, das ist wahrscheinlich eine Strömung. Das heißt so. Ich habe mich jetzt irgendwie selbst rüber gehievt. So. Und raus mit dir. Nein. Ich bin froh wieder. Ich hab sie. Gut, ich bin sogar von alleine rübergekommen. Gut. Äh, Moment. Nee. So. Komm ich da hoch? Nein. Not really. Willst du schon mal da drauf stellen? Wieder drauf, ja. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas abschießen müssen. So. Bin da, wenn noch. Oder? Wollte ich drehe es einfach mal weiter. Ja. Oh, da hinten ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Hallo, Jan. Hallo. Was geht? Oh, ich gehe zur Schatzkiste. Nein. Ich sehe nur, wie dieses rote Icon runterfällt. Es wird wieder runter. Alles gut. Oh. Pass auf. Oh, Christian. Ich wollte da irgendwie gerade hoch. Ah, warte da unten, das Ding. Ich will da hoch. Kannst du die Säule runterlassen? Oder geht das von alleine? So bist du da runtergestürzt? Nein. Ich wollte auf die Ebene drauf. Genau, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie ich gerade. So, ich wollte die Kiste haben. Ah. Hm. Da guck mal, das ist das Ziel. Na, bitte. Geht doch. Eieiei. Eieiei. Gut, ich würde die Säule hatten. Sonst hätten wir den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Bestanden alle woanders. Ja. Ich gehe einfach mal hier wieder. Tschüss. Ich muss mal absaufen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Oh, wie schuldig den Fang der hat. Warte mal, das muss alles Dennis machen. Hm. Nur ihn ab. Ich wollte gerade sagen, das Strom sagt gerade nicht so toll aus. Moment. Warte mal, das stimmt. Das kann auch funktionieren. Wobei... Ich... Oh, du hast mich gerade leid. Nein, du hast mich gerade leid. Neh, du hast mich gerade leid. Nimm mich hoch. Geh da raus. Stell. Knall ihn ab. Wir sind wie ein putziger Boss, oder? So, und dann wieder raus. Geh da aus. Ja, ja, ja. Musst du uns eben. Oh, 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 oh. Flatsch, das war's schon. Oh. Oh, oh. Ja, ich bin ja einfach nur so das Mittelstück. Ich hab fast keine Ausdauer mehr, ne? Nein, der schläft. Ah. Ah. Das ist cool. Ah, verdammt. Ah, der kommt aus Wasser. So. Äh, ich mach's hoch. Ich glaube nicht, dass wir da noch extra auf oben stehen müssen. Ich glaube, dass das hoch genug, wenn Dennis alleine auf seiner Säule steht, oder? Weiß nicht, probiert's aus. Christian, nimm ihn mal hoch. Ich kann das nicht hochnehmen, weil du mich auf den Kopf hast. Ach, das ist super. Ach so. So, jetzt. Äh, ich würd nicht ins Wasser gehen. Hilfe. Okay, geh nicht. Nee, einer muss mich heben. Okay. Klatsch. Ah. Wir haben eine Säule. Säule. Nee. Nein. Säule. Falsche Säule. Falsche Säule. Oh. Ja, oh. Oh, nice. Guck hier, wie, äh, Anzug sei Dank. Ja. Ah, guck mal, halt. Oh, nee. Was ist jetzt erstmal wieder despawned? Ja. Ja. Die Wiedvollauer, Manni. Hilfe, nicht so schnell schwimmen. Wow. Ah, da, Obson. Ripp. Ripp Geld. Da oben war noch einer. Hey, das ist ein Ausdauerfläschchen. So. Wuhu. Mal gucken, wie er wieder kommt. Wie cool. Ich will den Seetang. Eigentlich will ich beides. Ist mir egal. Aber den Seetang will ich mehr. Gerade. Yes. Yes. Kannst du mit dem Faden zwar nichts anfangen, aber hey, ich hab den Faden. Ich muss dann kurz mal aus der Lobby gehen. Ich hab ein wunderschönes Kostüm zum Schneidern. Okay. Gut. Guck mal, ob ich vielleicht irgendwas basteln kann. Dann werden wir in die nächste Welt aber nur noch anfangen. Mhm. Oh, kein Foto gemacht. Ich hab auch kein Foto gemacht. Ich mach einfach keine Fotos mehr. Ich bin einfach nicht so der... Der Fotograf. Bin ich so der... Wie nennt man es? Tourist. Dankeschön. Nicht Terrorist. Nee, der Tourist. Weit schon. Damit der Kamera... Genau. Habe ich als erstes tatsächlich jetzt mal Ja sagen können? Vielleicht wird dann direkt alles beendet. Vielleicht sollten wir das in Zukunft immer so tun. Das wäre... Das wäre... Ja. Ja. Gut. Das wäre... Faktisch, ja. So, dann schauen wir doch mal. Was die Jute umso zu geben hat. Hey, noch das Doppelte vom Geld, was ich jetzt habe. Ungefähr circa. Ich kann mir endlich eine Rüsche kaufen. Ist ja zum Glück nicht teuer oder so. So, was haben wir denn hier so schön? Jetzt kann ich mir überhaupt irgendwas davon anlegen. Rüschtull. Nee, leider nicht. Hm. Ach, da steht immerhin schon mal bei, was die... Fähigkeiten machen würden. Mir fehlt eine Soras-Schuppe. Und eine Wasser-Krone. Dann kann ich die Wassermagie-Robe kaufen. Die habe ich auch ins Auge gefasst, tatsächlich. Was, was, was? Das Sorakostüm. Oh ja, ich glaube, er hat das Sorakostüm gekauft. Also ich hätte gleich gerne die Wasser-Krone. Hm. Aber ich glaube, wo ich schon dabei bin, kaufe ich dem Typen mal die anderen beiden Sachen ab, die er hier hat. Welchen Typen? Dem Händler. Ich kann mir leider so ziemlich gar nichts basteln. Och, Mann, oh. Oktortentakel und einmal Gurkenschleim. Kostet das nicht total viel? 750 waren das jetzt. Ach so, insgesamt? Ja. Für die zwei Sachen. Hm, dann sollte ich das vielleicht auch mal nachgucken. Nur das 3000-Rubinen-Ding da. Moment. Gucke ich doch nochmal den Panzer und... ...den Geist. Könnte ich mir denn rein theoretisch davon was Schönes basteln? Ich liebe die Musik, wenn man an diesen Laden geht. Wisst ihr das? Oh. Das ist super. Hm. Hm. Ja. Ich meine, theoretisch könnte ich mir wirklich was machen. Mhm. Aber das, was ich mir machen könnte, möchte ich mir nicht machen. Was könntest du denn machen? Mit dem Bombenanzug. Hm. Weil ich nicht gerne mit Bomben arbeiten möchte. Mit großer Sprengkraft kommt große Verantwortung. Das steht aber nicht wirklich da, oder? Doch, das steht da. Wow. Beim Bombenanzug. Wow. Okay, finde ich gut. Bin bereit zum Weiterwachen. Ich auch. Moment, dann komme ich eben rein. Dann werde ich erstmal wieder den Leuten sagen, ich bin der... Ja. Oh, unser Führer. Bring uns zum Sieg. Wow. Jan heute mit den sehr expliziten Aussagen. Ja. So, mit Freunden. Du möchtest mit Freunden spielen? Ja. Ich. Ich muss nur ich sagen, ihr wisst sofort Bescheid, über was ich gerade geantwortet habe. Ja. Mein Freund. Verbindung zum Internet wird hergestillt. Verbindung zum Internet wird gestillt. Ist ja ein Ball. Ja. Reicht nicht mehr. Nuller Kombo. Wow. Er ist über die Säule geflogen. So. Sehr gut. I'm in. Achso, man muss egal wo gegenrammen und das kommt. Ja, richtig. Irgendwann kommt es einfach. Ah, das schöne Lied. Scareward Sword, ne? Mhm. Ballade der Göttin. Wie cool. Ich möchte diesen ganzen Soundtracks haben. Wisst ihr das? Mhm. Das ist genauso wie in der Bar bei A Link Between Worlds. Da wollte ich auch unbedingt alles haben. Brrrr. Sie sieht so schön aus, Dennis. Genial. Wow. Etlich. Nein. Nein, verdammt. Jetzt habe ich die Wälder gewählt. Nein, ich will nicht. Kannst du dich nochmal zurück? Was? Bulette? Bulette? Nein. Nice. Gut. Hups. So, auf zur Bleichewucht. Oh, hier kann ich die Wasserkrone bekommen. Oh, Greifhaken. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 ah, oh, 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 oh. Wobei, egal was ich bekomme, ich kann mir auf jeden Fall danach was machen. Wüsstest du sie auch machen? Das ist die Frage. Wahrscheinlich. Dieses Trofa-Kostüm ist so geil. Sie ist schon echt hübsch. Sieht so bescheuert aus, einfach. Oh, von hinten gibt es erstmal einen Haken am Anfang. Der Greifhaken! Schieß hier mit Y in die Gesichter deiner Kumpel. Gut. Oh! Moment. Oh Gott. Ah, ich kann mich zu dir rüberziehen. Ah, ich kann mich zu dir rüberziehen. Und man kann sich gegenseitig rüberziehen? Ja. Ich sehe schon, was hier für Rätsel kommen werden. Ja. Ja, grab me. Nimm mich! Gut. Wow. Ich finde deine Haarfarbe passt aber super zu deinem Kostüm. Ja. Sieht einfach so aus, als wärst du... Das hat geklappt. Ich glaube wir brauchen ein höheres, wobei ich glaube nicht, dass es das ändert. Oder? Wir probieren es mal aus. Du kannst mich in der Luft werfen. Geht das? Jan kann dich werfen und du dann mich. Das ist interessant. Moment. So. Nein, ich kann es werfen. Gebt nicht? Nein. Gebt nicht. Okay. Dann hab ich nichts gesagt. Schade. Dann können wir auch einfach da oben lang gehen. Ja. Wäre eine Idee. Richtig auch da hoch? Ja. Wow. Wo es werfen kann. Es vor allem. Jan, Challenge. Du musst uns erwischen. Okay, gut. Los an den Hintern. Voll dran gezogen. Da hab ich meinen Hintern getroffen. Nehm mich auch jemand hoch. Oh Gott, jetzt gehts wieder los. Jetzt ganz oben rechts. Ah, I see ya. Ah. Cool. Okay, hier wieder. Ich stell euch meinen Hintern zur Verfügung. Da. Äps. Ah. Ah. Sehr schön. In den Hintern rein. Die Lapscher. So. Da unten ist noch ein Rubin. Das war ein Rubinchen. Jetzt gleich nicht mehr. Oh Mann, no. Hahaha. 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 Wie er weggeht aus Angst. Hahaha. 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 Da dachte er schon, ich tue so. Okay. Ähm. Oh. Diese Ebene machen wir. Also diese eine, diese eine Ding hier noch. Und dann. Ja. Wow. Wow. Da ist uns der Boot unter die Füße gekommen. Hahaha. Die Schwimmanimation. Hahaha. Hahaha. Nochmal, bitte. Ich kann falsch reden. Ich bin mir jetzt. Das ist dein, das ist dein Anzug macht quasi. Dass du schnell schritten kannst. Ja. Das ist halt nicht wirklich nützlich, aber lustig. Hahaha. Aber die Combo gerade, Jan, hast du es gesehen. Ist ziemlich hier drüber und du besiegst den Gegner richtig Dieb. Aber irgendwo ist noch ein Gegner, glaube ich. Ich glaube, der ist hier bei mir. Au. Hahaha. Hahaha. Nein. So war ein bisschen was auf dem Ring. Jetzt. Äh. Da ist noch ein Rubin. Moment. Äh. Was? Ab dem. Hm. Hm. Warte. Oh. 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 So Leute. Das war's einmal so bei für heute mit The Legend of Zelda. Triforce Hyrule. Ja. Aua. So. Ich schmoll jetzt hier im Wasser. Okay, Leute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Hahaha. Hahaha. Beim nächsten. Ja. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020